Oh yeah, oh Gott, ich bin auch schon wieder fast tot hier, verdammte Axt. Oha. Aber leider nur meine... Ah ja, okay. Ah, okay, wenn man generell ein Bento benutzt, ist man erstmal wieder überhaupt fit. Das ist doch super. Äh, leider... Habe ich... Doch, ja. So. Mal gespannt, was dieser Kampf jetzt bringen wird. Los geht's. Held und Rächer. Naruto gegen Sasuke. Und Gesundheit konstant oben halten. So. 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 Sasuke kassiert gleich mal. Rasengan! Oh Gott, was geht jetzt ab? Jetzt wird's hier richtig hart. Ultimative Entscheidung. Legende oder Held. Wiedersehen oder Tag der Abreise. Wiedersehen in einer Schlangengrube von unbeirrbaren Willen getrieben. Kämpfen zwei ehemalige Freunde gegeneinander. Mit einer zitternden Schwertspitze konfrontiert, entscheidet sich Naruto. Dieses laute Geschrei im Nieselregen. Zwei Jungen, die verbotene Kräfte freigesetzt haben, treffen im Tal des Endes aufeinander. Der verzweifelte und unvergessliche Kampf von vor drei Jahren beginnt aufs Neue. Ja, diesmal will ich mal den Weg der Legende. Das habt ihr euch ja gewünscht. Bis zum nächsten Mal. Boah. Daheimaktion, okay. OOB drücken. Oh. Erfolg. So, Sasuke ist fast auf der nächsten Lebensstufe. Oh Gott, aber ich bin auch gerade ein bisschen am Ende. Okay. Kazingan. Okay, was passiert jetzt? Was für ein epischer Kampf. Oh. Boah. Volle Konzentration. Oh. 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 Und tschüss. Ho. Oh. Das ist die Worte. Kannst du es nicht. Ich werde es nicht so gut machen, dass du mich sehr interessiert. Wir werden es bald wieder kommt. Ich werde es nicht so gut machen. Ich weiß nicht, Sasuke. Ich bin mit dir und ich. Ich weiß nicht, was ich. Alter, wie geil war das denn bitte? Ich habe extra meine Klappe gehalten, dass ihr auch diesen Kampf mal so richtig genießen könnt. Hammergeil, hammergeil. Glückwunsch, du hast in der IA eine Menge Sterne bekommen und es wurde ein Geheimfaktor freigeschaltet. Es handelt sich um verborgene Videoclips, die abgespielt werden, wenn du Sterne sammelst. Sie sind in den verschiedenen Kämpfen im ultimativen Abenteuer verborgen. Deshalb solltest du dein Bestes geben, alle zu gewinnen. So, Kampf abgeschlossen, überaus erfolgreich. Denn auch die Bonusanforderung habe ich gemeistert. Lief super gut diesmal. Ich stehe mitten im S-Rang, bekomme immerhin 10.000 Ryo. Ja, super. Läuft. Und habe diesmal auch mal auf Legende gespielt, das haben sich ja viele von euch in den Kommentaren gewünscht. Und kann jetzt höherwertige Ninja-Werkzeuge einstellen. So, Teil 1, Sakura, 160.000 Ryo erhalten, neuer Charakter jetzt nutzbar. Hinata, nutzbar. Ja. Lief. Also, möchte ich mal sagen, war ein richtig epischer Kampf. Boah, mega geil. Also, das kann dieses Spiel halt so unheimlich gut, sowas. Krass. Das war's. 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 Ich bin ein sehr wichtiges Gefühl, dass du mit Sasuke die Wegstuhren kannst. Ich muss dich, wenn du mit Sasuke in der Wegstuhren kannst. Ich bin ein Freund, dass du mit Sasuke nicht mehr so verletzt kannst. Ich bin ein Freund. Ich bin mit Sasuke. Ich bin mit Sasuke. Darut? Das ist gut, was ich? Ich werde dich zuerst töten. Das ist doch... Ich habe mich noch nicht verabschiedet, was ich. Ich habe mich nicht verabschiedet, Sasuke. Es gibt noch nicht. Ich werde noch ein paar Fragen geben. Gehen Sie immer, Sasuke. Naruto, ich danke immer. Was ist das? 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 Und ja, jetzt irgendwie alles wieder ganz happy, unglückseliger, Titel errungen, im Shop wurden neue Items hinzugefügt und ich will natürlich speichern.